Das ist ganz gut, ja, alles gut, jetzt wird eigentlich wieder, hat sich das mit Corona-Virus. Meine Damen und Herren, oft ist ja so, ja, so schnell kann das gehen, dann auf einmal ist man in der Quarantäne und keiner will einen mehr kennen. Wobei, es gibt natürlich Menschen, die eine Firma erhalten bleiben. Menschen, mit denen man eine innere Verbindung hat. Die immer bei einem bleiben. Was man auch tut. Ob man will oder nicht. Als guten Freunden geht man durch das Leben. Aber sie verändern sich eben. Zwei meiner Freunde von den Älteren Wurden vor einiger Zeit Eltern. Das ist für mich ein Segen und ein Fluch. Denn heute sind sie bei mir zu besuchen. Sie ist sehr süß anzusehen und auch fast sehr angenehm. Sie weist und freut fast nie, die kleine Antigone. Sie ist ihrer Elternstolz. Sie ist ihrer Elternstolz. Ihr Spielzeug nur aus Holz. Mykologisch ohne PVC. Die kleine Antigone. Sie ist ihrer Elternprojekt. Dieses Kind hat ihren Ehrgeiz geweckt. Sie unterstrichen, als sie es bekamen. ihrer Bildungsauftrag schon mit ihrem Namen. Und sie haben in ihr wirklich Glück gehabt. Denn, glaub Mama, ist sie hochbegabt. Sie ist ihrer Elternstolz. Ein süßer, kleiner Franz und Pickel aus Parkett. Oh nee! Die kleine Antigone. Sie schreit nur, wenn mir langweilig ist. Was relativ häufig ist. Und tritt mir gern auf meinen Zehen. Oha! Die kleine Antigone. Ihre Mutter hat mir noch verraten. Sie sorgt sich sehr um den Kindergarten. Rettlich sagt sie mit besorgter Miene. Heißt doch ihre beste Freundin, Chantal Champline. Gegen ihn wär gar nicht Zeit zu wenden. Doch wo soll das mit diesem Namen enden? Sie hat ihren eigenen Kopf. Unter diesem süßen Schorf. Erzähl mir beim Café Olé. Die Mutter von Antigone. Sie kann sich doch nicht selbst anziehen. Doch spricht schon fließend Mandarinen. Und über meinen Kopf die Tee. Die kleine Antigone. Die Kinder fragt sich, woher kommt diese Brut? Doch wenn man hinschaut, versteht man ziemlich gut. Hätte man mich mit so nem Namen geplant. Hätt ich schon längst meine Eltern verklagt. Andere Leute, Kinder sind so schön. Man muss sie ja nicht häufig sehen. Zum Abschied tut sie mir auch mal weh. Die kleine Antigone. Ihre Mutter sagt hingehen zu mir. Quasi zwischen Angel und Tür. Bald bekommt sie noch ne Schwester. Plütennestrat. Plütennestrat.